also wir haben noch viele aufgaben wir sollen uger hier in den bergen jagen oder halb uger waren es genau für den paladin wir sollen das schwert von der hohen hecke wieder beschaffen wir sollen einen umhang aus dem mantelwald wiederholen na ja wenn wir jemals in den mantelwald kommen sollten der mantelwald ist nämlich nach unseren karten dieses gebiet hier dieser dichte dunkle wald in die ich nicht unbedingt reingehen möchte wenn ich es nicht muss oh hallo will tun sogar zwei kampfhunde so noch ein kampf und weg gucken wir mal nach norden da ist nur das nachbargebiet gut eure gesellschaft ist in dieser gruppe sehr willkommen hier gibt es schön viele bäume oh eine okay halb uger die sollten wir ja töten hat nichts wichtiges dabei außer etwas gold noch ein halb uger und ein paar untote ich bin ganz okay den halb uger können wir leider nicht bombardieren wir haben nämlich keine magische geschosse mehr ist dass wir benutzen die hier aber die möchte ich gerne für notfälle aufgeben so als schriftvolle sind die nämlich meistens mächtiger besser geeignet ist so etwas geld einbringen das müssen wirklich die uger sein der halb uger sein die genau der paladin gemeint hat ein edelstein und sie geben gute erfahrungspunkte scheint so als hätten sie den armen bauern oder was auch immer hier gelebt hat überfallen dieses haus sieht verlassen aus ja wir können jetzt nur mutmaßen ob ok aber direkt daneben steht am see ihr benötigt etwas fremde torlo seid bitte ein bisschen leiser ja ist schon schwer genug hier fische zu fangen da müsste sie nicht auch noch alle verscheuchen ein fischkampf das habt ihr bestimmt noch nie gemacht oder entschuldige ich werde euch jetzt arbeiten lassen vielen dank obwohl das hier nicht meine berufung ist die min ziehe ich eigentlich vor aber noch lieber bleibe ich am leben es ist momentan einfach nicht sicher ein mann der tiefe zu sein irgendwie muss ich natürlich auch die familie ernähren ok wir haben hier einen fischer gefunden bei einem fischkampf auch hier ist noch einer machen die ein wettangeln oder was hallo ein herzliches willkommen heute eure kräfte mit dem wesen im wasser messen das hier ist ein feiner beruf und so viel spaß wie hierbei habe ich schon lange nicht mehr gehabt wirklich sehr lange nicht mehr bleibt dein wasser falls die leute aus dem dorf mit fackeln auf euch losgehen entschuldigt die feststellung aber scheint mir etwas wo wie soll ich sagen etwas irre zu sein ich kann euch keine meinung vorschreiben aber selbst schätze ich mich gerne als optimistisch ein ich habe euch wegen der eisen knappheit und dem ganzen blabla keine arbeit mehr ach ich habe auch wegen dem aber ich habe eben einfach geschlossen mich davon nicht zu entmutigen zu lassen na und dann arbeite ich eben nicht mehr in den min ich erlehre mich vom angeln und bin immerhin nicht mehr so bleich weil ich ein bisschen sonne abkriege wenn es euch nicht stört muss ich jetzt ein bisschen singen okay denen hat seine arbeitslosigkeit wohl ein bisschen das gehirn zerschossen armer kerl der andere ist nicht so glücklich darüber hier in dieser versumpften hütte wohnen zu müssen mit einem verrückten und angeln zu müssen der möchte wahrscheinlich lieber wirklich wieder in die minen obwohl ich mir das auch nicht so prickelnd vorstelle da in einem stollen rumzukriechen jedenfalls nicht für menschen zwerge ist da wieder eine andere sache aber zwerge sind auch ein bisschen anders gepolt als menschen was das angeht die arbeiten gerne unter tage und holen gerne schätze aus ihren min die haben auch viel schönere min als menschen für zwerge sind min auch ein bisschen naja wie soll man sagen status symbol wenn man schöne minen hat oder eine schöne halle da gibt es an die küste beinahe unter meiner würde weil es mal als zwerg halt glücklich für einen menschen ist eine biene nur optional was heißt optional ich meine dings nach mir funktional so wollte ich sagen wir holen da einfach erz raus das ding muss einfach halten bis wir damit fertig sind das muss sich schön aussehen zwerge geben sich mit ihren minen echt viel mehr mühe und das blutbad hallo grillen zwerge wollen halt ihre minen auch noch etwas anfangen zum beispiel so lange so tief graben dass sie einen ball ruck finden so was solltet ihr dabei goldmünzen noch so ein edelstein und eine schwierige schrift wolle würde und ja ich muss gerade zugeben das hat mich kurz etwas erschreckt dass darauf einmal die urgrillons gekommen sind aber er weil auf einmal pause war und die musik so losgegangen ist bitten werde ich geredet habe also ja zwerge und wien sind da doch schon ein bisschen was anderes als menschen und wien ich meine bei menschen sind wir stehen minen hauptsächlich aus stollen zwerge haben da viel mehr system drin oh gott ist auch noch knolle sterbt knolle nicht weglaufen dann knallt die halt einfach ab so genau komm her das läuft doch schon wieder weg so jetzt ist er wenigstens tot so ich habe ja eigentlich gesagt ich bin doch keine genolle mehr aber nachdem wir keine kaum noch geld haben ist mir das einfach sicherer so gut wie ist es so noch mal ein bisschen geld zu kommen dafür hat ihm jetzt wenigstens ihre dunkle rüstung damit sieht es auch schon ein bisschen böse aus muss man ehrlich sagen also wenn man sich immerhin hier so waren sie mit der schwarzen rüstung sie sich schon ein bisschen böse aus als ohne rüstung vor allem hat sie mit der rüstung verdammt gutes stets eigentlich nur seins minus 1 bis 2 genauso sehr gute rüstung so ich denke mal wir gehen jetzt noch mal kurz nach norden zu dem see um unten den see und gucken dann hier im süden weiter auch wenn südlich hier eigentlich nichts mehr sein sollte hier ist schön viel wald ja ich mag das an dem spiel die umgebung variiert sehr stark und es gibt auch viele kleine details hallo wildhunde hallo wildhunde au so ein paar wildhunde ausschalten wieder hoch zu dem see ja hier ist ein ziemlich kleiner flacher see so viel so gut wie man die steine da drin sehen kann auf dem grund also wir haben ja schon flüssige see diese tiefer hallo hallo das ist drittstor urden auf dem wurden wir schon in berikost in anführungszeichen aufmerksam gemacht aber ja jetzt lernen wir mal persönlich kennen er ist ein dunkel elf aber ein besonderer dunkel elf ich kann euch nur empfehlen lest die bücher und zwar auf englisch am besten auf deutsch sind sie nicht ganz so toll und zwar heißt die buchreihe also die meisten bücher sind heißen zusammengefasste legend of trittst und ja es trittst wirklich trittst also ihr da helft ihr helft ihr einem fremden in der not ich bin von gnollen befallen ja das sieht man fürchtet euch nicht wir werden nicht taten muss zusehen während andere in gefahr sind so kämpfen wir den seite an seite ich begrüße eure hilfe sehr diese gnollen sind lästige biester und ich bin froh wenn ich mit ihnen fertig bin auch wenn trittst die eigentlich alle alleine besiegen kann genau der haut hier einfach mal so um mit seinen beiden umsäbeln so das müssten jetzt aber alle gewesen sein dieses kaffeekränzchen ist ja ganz nett aber es gibt orte an denen ich jetzt lieber wäre vor allem dann freund ich bin trittst du urden diesmal ist es sogar richtig geschrieben ich habe früher mal du orden gelesen aber heißt du wurden und weiß eure hilfe zu schätzen die reise zum eis winter ist auch ohne dieses ständige unterbrechungen lang genug noch nie gab es in dieser gegend so viele räubereien seit wann ist es denn so schlimm das war nicht immer so mein allgegen ist es wieder frieden in dieses land zu bringen die verfluchten überfälle leben kein ende genau wie mein hass auf diejenigen die dahinter stecken naja das klingt zu negativ die überfälle hören hier auf aber sagen ihr hier seid brauchen wir uns keine sorgen mehr zu machen nein wir wetzen nicht alles auf trittst ab wir wollen diesem land frieden bringt wahrlich edle ziele die auch ich hoch halte hoch halten würde euch jedoch ein schwerer kampf bevor da die räuber die euch sicherlich genau wie genau wie mir an jeder ecke auflauern werden durchaus keine einfachen wegelagerer mit schwertern sind die menschen unter ihnen gehören offensichtlich zu den schwarzen krallen die kobolde zur kalten hand das müssen die beiden söldnergruppen sein von dem transit erzählt hat da es sich in beiden fällen um söldner handelt sind die ziele die sie verfolgen wohl kaum die eigenen ja also söldner ihr tätet gut daran euch bei ihnen einzuschleichen und herauszufinden wer ihre wahren herren sind das ist zwar schwierig aber durchaus nicht unmöglich was ich bei dieser bruche nicht brauche sind leere worte das stimmt nicht ich hätte nicht gedacht dass trittsturm behauptet ich verstecke mich hinter meinen worten das ist auch irgendwie falsch das ist ein weiser rat die ich beachten werde ihr sollt wissen dass ich euch für die reise das beste wünsche das tun wir allerdings das glück mögen auf eurer seite sein mein freund tagebuch